Hallo! Oh, Kisu! Ich bin der größte Fan von dir! Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Video-Days und da ist Volker, da ist JJ. Wink! So Leute, hallo! Ich bin gerade in Berlin und zwar gehe ich mit diesem... Kati blockt, die andere Kati und wir sind schon alle hier versammelt und müssen wir noch auf jemanden warten, damit wir endlich reinkommen. Ich muss noch mal aufnehmen. Hey, du musst dein Hi-Hi-Hi-Hi-Hi machen. Dann muss man aber diese Musikunterschwindig machen. Hey Leute, wurde das aufgenommen mit der Scheiße? Nein. Okay, das ist Emrah, er macht noch Scheiße Gold. Er weiß alles, wie man alles verwandelt. Ich fasse einfach nur so an, aus Scheiße. Aber ich sehe da auch kein Gold. So, und hier sind die ganzen anderen YouTuber. Wir sind gerade im Backstage-Bereich. Und ich habe gerade Samsui getroffen. Mein Idol. Ich höre ihn jeden Tag. Ich habe schlecht Englisch mit ihm geredet. Das war so richtig schlimm. Wir hatten gerade eben unsere Autogrammstunde und sind ziemlich fertig. Und hier sind wir mega müde. Aber wir chillen jetzt hier noch am Backstage und gleich geht es nochmal weiter los und nicht schlafen. Wir sind hier gerade mit Samsui. Der ist so sympathisch. Ich habe schon ein Foto mit ihm. Ja, das ist der Chorus. Der Refrain. Ja. Und jetzt geht's. Luda, wenn ich 13 war, hatte ich meinen ersten Liebchen. Der war nicht mehr mit mir. Sie hat den Rap, man. Du bist gut, du bist gut. Hallo. Ach, du machst ein Video? Ja. Hi. Das ist Kiso. Das ist Tien. Das ist me. Und wir sind YouTube-Hopper. Wir sind zu drinnen das Tio. Wir sind gerade auf dem YouTube-Space in Berlin. Und Diana hinter mir isst schon wieder. Und wir essen Kinder und Essen. Und wir essen Kinder und Essen. Wir sind gerade jetzt auf dem YouTube-Space in Berlin. Und Diana hinter mir isst schon fleißig. Und wir essen jetzt und essen Burger und Essen vom Grill. Und es ist echt schön hier gerade. Ja. 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 Es wird gar nicht mal geschehen. Das ist ta destroys! Das ist eine Witte. Das ist alles in H Murdy. Das ist interessant, als es uns어�vielfühle zu demonst enrollment. Ja. Oh nein. wir sind heute auf dem weg wieder zum video day und das ist der zweite tag ich habe meinen kaffee mein latte macchiato da ist er toll gehabt da hinten ist ein tier mit seinen asian nudeln und wir machen uns jetzt gerade auf den weg es ist schön sonnig aber ein bisschen frisch oder es ist frisch schön schön wieder wie gestern ich bin mittlerweile in köln angekommen und wir gehen jetzt essen wenn mit der kathie anderen kathie und der diana und wir essen jetzt thailändisch ja und wir wurden gerade beim einparken ausgedacht beziehungsweise die kathie ganz schön gerne aber lecker und war dann habe ich das gefühl schmeckt wie ein bisschen wie einstich kann er das einstich schmeckt genau schenkt so ähnlich ich kenne einstich ja der tofu schmeckt man sich an mich das habe ich nicht immer so erklärt das schmeckt doch nicht das war es dann auch schon von meinem video ich hoffe er hat euch gefallen ich komme irgendwie nicht so krass zum bloggen obwohl ich dachte köln wäre so die zeit zum bloggen aber ich hoffe ich gebe mir mühe wenn euch das video gefallen hat dann geht mir den hier wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis hin tschüss und nicht auf meine augenringe achten die sind echt schlimm